Die Fans können es gar nicht mehr erwarten, es könnte ein echtes Highlight werden. Und gleich kann es hier losgehen mit Deutschland gegen Serbien. Und wir sind live für Sie vor Ort und übertragen Ihnen diese Partie live aus dem St. Petersburg-Stadion. Das Achtelfinale steht an hier bei der WM 2018 und damit willkommen zu diesem Spiel. Wolf Fuss und Frank Buschmann begrüßen Sie herzlich zu dieser Partie. Auch von meiner Seite hallo und ich glaube, das wird ein tolles Spiel. Wir versprechen uns ja sehr, sehr viel von beiden Mannschaften. Die Fans sind schon völlig aus dem Häuschen. Es ist eine Riesenstimmung hier in Russland. Also wegen mir kann es losgehen. Heute auf dem Programm die Begegnung Deutschland gegen Serbien. Ein Sieg im letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen. Das 2 zu 0 war völlig verdient und auch heute setze ich auf einen Erfolg. Das 2 zu 0. Das 3 zu 0. Das 3 zu 0. in st petersburg hat man sich im hinblick auf die wm 2018 für einen neubau entschieden ja und ich finde zurecht diese arena ist eine tolle und da bleiben für die fans wirklich keine wünsche offen das ist die heutige aufstellung der deutschen mannschaft sie gehen es offensiv an 451 heute denkt man ja erst mal gar nicht wenn man da nur eine spitze sieht aber aus dem mittelfeld kommt da geballte power nach vorne das ist natürlich eine ihrer wichtigsten strategien ja und das beherrschen sie richtig gut da haben sie genau die richtigen spieler da stimmt die physis das spielverständnis aber das ist auch sehr kraftraubend wenn du so spielst aber sie können das natürlich sehr sehr gut wir gehen rein in diese art und final partie hier bei der wm 2008 10 in russland das wird spannend das wird intensiv und das wird nervenaufreibend wer geht damit besser um und jetzt geht ihrer so ein achtel finale da gelten immer andere regeln im wahrsten sinne des wortes verlängerung elf meter schießt der schießt der schießt der schießt der versuch verharmlos ein wurf deutschland Hektor, nun Khedira, Groß, Kimmich und jetzt Khedira, Thomas Müller, das ist jetzt seine Chance, Werner, so wünschen wir uns das, frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Ein schönes Ding, das wir hier nochmal in der Wiederholung sehen. Ach, der Volkmann. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Die deutsche Mannschaft ist vorne, es geht weiter. Jetzt wird es gefährlich. Schön dazwischengegangen, Ballverlust. Ösi. Die Flanke von Ösi, da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Der Schuss von Müller, das bleibt gefährlich. Und das gibt Ecke für die DFB-Elf. Groß mit der Ereingabe. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Jetzt müssen sie aufpassen. Nastasic. Der Angriff von Serbien. Martic. Ist das der Ausgleich? Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt es doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Und groß. Kimmich. Und da ist der Ball wieder weg. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Wird es jetzt gefährlich? Ösi. Mesut Ösi mit dem Vorstoß. Gute Aktion. Timo Werner. Und nun ein Schuss. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und da macht er sein zweites Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Schaut doch gut aus. Es steht 2 zu 0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Und den Ball hat er sich geholt. Einwurf Serbien. Und der Ball ist jetzt für die DFB-Auswahl. Schönes Drehblägen. Mesut Ösi. Ösi muss er machen. Stark vom Torhüter. Eckball für Deutschland jetzt. Ecke getreten. Burating. Ich hab den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Jetzt müssen sie aufpassen. und dann kommt er nochmal vor der Torlinie ran. Und dann wird der Torlinie ran. Und dann wird der Torlinie ran. Luka Wiener. Pfeiser. Sehr gut aufgepasst. Werner. Nur Müller. Timo Werner. Ivanovic. Kimmich. Hector. Werner. Das könnte die Chance werden. Özil mit der Riesenchance. Vardasing. Super Aktion. Gut geklärt. Und jetzt Toni Kroos. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Er entscheidet auf Freistoß. Und das ist eine gute Position. Jetzt kommt. Das war kein Problem für See. Er hält den Freistoß sicher. Tadic. Korlarov. Wie schätzt du die Chancen für eine Aufholjagd-Einbuschi in Durchgang 2? Sehr gering, muss ich sagen. Auch wenn es hart klingt, da geht nichts mehr. Führung ist deutlich. Und das absolut nicht unverdient. Ich glaube, dieses WM-Achtelfinale ist entschieden. Wird das sein? Das ist jetzt seine Chance. Werner. Jetzt kommt der Torwart mit einer Faust dran. Der Schuss von Müller. Das bleibt gefährlich. Timo Werner. Und nun ein Schuss. Schönes Dribbling. Mesut Özil. Özil. Muss er machen. Stark vom Torhüter. Das könnte die Chance werden. Özil mit der Riesenchance. Doch, das war der Anpfiff. Das Spiel läuft wieder. Die Mission Viertelfinaleinzug geht für diese beiden Mannschaften weiter. Für wen heißt es Koffer packen und weg aus Russland. Jetzt finden wir es raus. Özil. Nur Müller. Jetzt die deutsche Mannschaft. Da geht er dazwischen. Kolarov. Lenk ist der Ball. Jetzt vielleicht. Was für eine unglaubliche Parade. Wolf, eine Riesenzähne. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon dringend gesehen. Toni Kroos bringt gleich den Eckstoß rein. Kroos mit der Ereingabe. Da können sie erst mal klären. Özil. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Klasse Aktion. Ball ist weg. Jetzt wird es gefährlich. Mesut Özil mit dem Vorstoß. Timo Werner. Und jetzt die Chance. Der passt. Stark gemacht. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Was für ein Instinkt. Und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht es ja noch mehr. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Das könnte gefährlich werden. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt können sie in Angriff starten. Und er schießt. Da wird er ab. Gut aufgepasst. Kimmich. Die DfB11 greift hier an. Ball draußen. Es gibt ein Wurf. Und nun Kedira. Toni Kroos. Möller. Gibt es jetzt die Torchance. Er zieht ab. Die deutsche Mannschaft macht das Tor. Da kann er das Tor nicht verhindern. Obwohl er noch dran war am Ball. Hier nochmal dieser Treffer. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Groß. Wird es jetzt gefährlich. Abgefiffen. Abseits. Serbien jetzt. Jetzt vielleicht. Da passt er auf. Und hat den Ball. Einwurf Deutschland. Und jetzt werden sie wechseln. Groß am Ball. Weg ist der Ball. Einwurf für die Serben. Ivanovic. Kolarov. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Kolarov. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Wichtig. Er holt den Ball. Und groß. Özil. Özil. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Den kann er klären. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nichts. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. Das könnte der Gelegenheit werden. Thomas Müller, da schießt er. Müller mit der Chance. Knappes Ding. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Das sieht vielversprechend aus. Und jetzt die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine riesen Szene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Ecke groß. Jetzt schießt er. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Regulär sind es noch sieben Minuten. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende das Ding. Fahndes Assistenten geht hoch. Abseits. Das war hauchdünn. Serbien bekommt den Freistoß. So, jetzt also in die letzte Phase des Spiels und die Fans geben noch mal alles. Und ich bin gespannt, ob das die Mannschaft noch mal pusht und sie nach vorne spielen werden. Und es bleiben noch fünf Minuten. Das macht Boateng nicht gut. Da trennt er ihn fair vom Ball. Guter Pass, das wird Tadic. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Und hier wird es ein Wurf geben. Nur ein Kurs. Er zieht ab. Noch eine Chance da. Super Pass. Draxler, was macht er? Tor für Deutschland. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Heute sind sie eine Nummer zu groß für den Gegner. Was anderes kann man nach dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen. Nee, dazu war es ganz klar zu eindeutig. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Ball ist bei der deutschen Mannschaft. Werner. Werner. Die Defensive steht. Nastasic. Gute Aktion von Thomas Müller. Jetzt vielleicht. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Thomas Müller. Und jetzt geht nichts mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Auch heute wieder eine absolute Top-Leistung. Und natürlich hat er am Sieg großen Anteil mit seinen drei Toren. Sie haben dieses Wehrmachtelfinale für sich entschieden. Aber Buschi, das ist natürlich erst der Anfang hier. Ja, so wollen sie langfristig weitermachen mit dieser taktischen Brillanz, mit dieser Spielfreude, diesem Spielwitz. Und wenn ihnen das gelingt, dann dürfen wir ihnen hier eine Menge zutrauen. Das ist jetzt eine Chance. Werner.